Der Sonax Pflegeratgeber Die Sonax Xtreme Felgenversiegelung bietet gereinigten Felgen einen optimalen Schutz und verleiht gleichzeitig einen dauerhaften, strahlenden Tiefenglanz. Das Produkt lässt sich sehr leicht verarbeiten. Einfach auf ein beiliegendes Poliervlies sprühen und dann auf der Felge verreiben. Ein bis zwei Minuten einwirken lassen, nachreiben und die Felge ist dauerhaft geschützt, dank innovativer Hybrid Net Protection Technology. Die ultradünne Hybridversiegelung bildet auf der Oberfläche eine unsichtbare, langanhaltende Schutzschicht aus glashartem Silikat, das mit organischen Komponenten zu einem witterungsbeständigen Netzwerk verknüpft wird. Die Wiederanschmutzung wird reduziert. Neuer Bremsstaub lässt sich später ohne großen Aufwand wieder entfernen. Der nachhaltige Abperleffekt hält mindestens fünf Autowäschen. Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Pflegeratgeber Vielen Dank.